Hallo und herzlich willkommen zu So geht Elektrotechnik. In diesem Video geht es um den Teil 2 der Gesellenprüfung und zwar für den Elektroniker oder die Elektronikerin mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Wir sind also in der Prüfungsvorbereitung und ich habe eine Übersicht erstellt mit den Themen, die man können sollte, auf die man sich vorbereiten sollte, für die Aufgaben und Rechnungen, die einen in der Prüfung treffen. Und wenn ihr Fragen zum Video oder Video-Wünsche habt, dann schreibt sie mit dem Hashtag wie geht ET unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Aber zum Video. Übersicht der Themen für die Aufgaben und Rechnungen. Also ich habe mir die Mühe gemacht, die letzten 10 Prüfungen oder sowas durchzuschauen und zwar den Kundenauftrag als auch die 3 Theorie-Teile. Ne, nur 2. Wieso habe ich? Natürlich in dem Video nicht. Es geht ja um Elektrotechnik. Ich habe mal geschaut, was kommt sehr häufig vor und was kann man so ganz grundsätzlich über so eine Prüfung sagen. Daraus ist diese Übersicht hier entstanden. Ich muss eingrenzen dazu sagen, ich bin Lehrer in Niedersachsen und habe natürlich die Prüfung für Niedersachsen mir angeschaut. Ich nehme aber an, dass das auch für die anderen Bundesländer nicht sehr viel anders ist oder nicht ganz groß unterschiedlich. Okay. Und was man so sagen kann ist, es gibt nur so ein paar Säulen, die werden abgefragt. Die Themen kommen häufig vor. Und wenn man sich auf diese vorbereitet, glaube ich, hat man eine gute Chance zu bestehen. Das heißt jetzt hier nicht, dass das, was ich euch jetzt gleich zeige, 100% sind oder sowas von den Themen. Aber ich denke schon, dass es so 60, 70 sind. Da kommen ein paar Fragen. Die konnte man nicht voraussagen, weil sie noch nie kamen. Aber ich glaube, dass man gut vorbereitet. Der Schwerpunkt dieser Prüfung scheint immer die Drehstrommotoren zu sein. Da kommt wirklich am meisten vor. Und ein ganz großer Teil von Drehstrommotoren ist, dass man das Leistungsschild, alles was so draufsteht, können sollte. So wirklich alles. Und ein paar Sachen kommen besonders häufig. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, alles, was da auf dem Leistungsschild drauf ist, das sollte man irgendwie berechnen oder benennen können. Wie zum Beispiel die Bauart. des Motors. Die Betriebsart. Drehzahl oder die Polpaarzahl. Die hängen ja miteinander zusammen. Die Schutzarten stehen dann drauf. IP. Schutzarten. Und alles, was mit Leistung so ein bisschen zu tun hat. Also die elektrische Leistung. P zu. Die steht ja nicht im Klartext drauf. Die muss man errechnen. Die mechanische Leistung an der Welle. P ab. Die steht im Klartext drauf. Dann kann man natürlich sagen, was davon ist. Oder wie viel geht verloren von P zu zu P ab. Was sind die Verlustleistungen. Oder wie ist denn der Wirkungsgrad dieses Motors. Dazu aus diesen Themen kommen immer Fragen. Und wie ist eigentlich die zulässige Strangwarnung eines Motors. Das ist meistens so eine Tabelle. Und dann muss man sagen, der darf nur ein Stern betrieben werden. Der darf nur ein Dreieck betrieben werden. Sowas. Und ich habe das mal so ein bisschen, ihr seht das so aufgebaut. Diese grünen Sachen hier. Wenn ihr ein Fachbuch in eurer Prüfung nutzen dürft. Dann fragt mal, ob ihr da so kleine Fähnchen überall reinkleben dürft. Bei uns darf man das. Man kann also sich diese Themen, die ich hier in grün habe. Wenn man da schnell hin kann. Im Tabellenbuch oder im Fachbuch. Dann hat man auch einen zeitlichen Vorteil. Also vielleicht dürft ihr das auch machen. Neben den Sachen, die auf dem Leistungsschild stehen. Geht es meistens im Schwerpunkt um einen Asynchronmotor. Das kommt ganz selten mal was zum Universalmotor oder Kondensatormotor oder sowas. Kann alles mal kommen. Aber ich glaube, der Schwerpunkt scheint immer auf den Asynchronmotoren zu liegen. Und da geht es ganz oft darum, um den Anschluss und das Klemmbrett. Also, wie muss ich das Klemmbrett anschließen? Oder mit Linien verbinde ich dann die Kontakte beim Zeichnen. Damit das zum Beispiel ein Stern ist oder im Dreieck. Zum Schlupf kommt immer eine Frage, was ist er und wie berechnet man ihn? Und fast auch immer kommt eine Aufgabe zur Kompensation. Da muss man auch diese E rein können. Damit man den passenden Kondensator oder die passenden Kondensatoren aussuchen kann. Und was hin und wieder auch nochmal dran kommt, sind die sogenannten Polumschaltbaren Motoren. Also Dallander-Schaltung. Und auch hier geht es oft um den Anschluss und das Klemmbrett. Das Klemmbrett sieht da ein bisschen anders aus. Und wie muss ich den jetzt anschließen? Oder wie muss ich das Klemmbrett anschließen? Damit zum Beispiel die langsame oder die schnelle Drehzahl kommt. Das sind wirklich ganz viele Sachen, die immer und immer wieder kommen. Und die euch alle Themen auf jeden Fall nochmal anschauen solltet, wo ihr im Fachbuch dazu was findet. Und wie man das denn eben berechnet wurde. Das ist nicht alles die Berechnung. Im Gegensatz zu dem Teil 1, der Zwischenprüfung, ist die Installationstechnik zwar noch dabei und auch noch ein sehr großer Teil, aber hat nicht mehr den Schwerpunkt. Ich würde sagen, Installationstechnik ist im Lernfeld, im Lernfeld ist das schon, im Teil 1. Also Lehrer mit Lernfeldern, im Teil 1 den Schwerpunkt. Trotzdem kommen da die Klassiker alle wieder dran. Die klassische Leitungsberechnung. Also ihr solltet in der Lage sein, eine Leitung zu berechnen, indem ihr die passende Sicherung findet, die IN und die Strombelastbarkeit, die Z, nicht außer Augen lasst. Also diesen Zusammenhang hier, über diesen Umrechnungsfaktoren F1 und F2 und danach einmal noch den Spannungsfall überprüfen. Das ist eins von den beiden, ist fast immer mit dabei. Zu dem Thema prüfen, da scheint das irgendwie aus sich auf einen Fragetypen zugespitzt zu haben. Da ist fast jetzt immer die sogenannte Schleifenimpotenz, Z-Schleife drin. Und zwar immer berechnen sie die mal und zeigen sie, ob der Wert gut ist oder sagen sie, ob der Wert gut ist. Irgendwie so kann man eine schöne Mathematikaufgabe rausmachen. Also Schleifenimpotenz. Zu den anderen ganz, 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 ganz selten mal was. Schutzmaßnahmen. Ja, da ist das auch noch ein großer Punkt. Sehr häufig, dass entweder Schmelzsicherungen gefragt werden oder abgefragt werden. Und da geht es dann meistens irgendwie um die Auslösezeit und um diese Kennlinie. Und manchmal auch beides zusammen. Ihr bekommt die Kennlinie. Und solltet dann sagen, wenn der so und so vielfache Strom von dem normalen Strom fließt, wie lange braucht das Schutzorgan, um auszulösen. Und dasselbe gilt quasi auch für die Leitungsschutzschalter. Auch da wieder Auslösezeit und Kennlinie. Da kommt eigentlich auch sehr häufig was zu. Und bei den Fehlerstromschutzschaltern, also den RCDs, da gibt es unterschiedliche Sachen. Ihr könnt Glück haben, dass ihr einfach nur die Funktionen erklären sollt. Mit dem Summenstromwandler und Freiauslösung und was da eben zugehört. Was auch noch schön ist, da gibt es auch hin und wieder Aufgaben, wo man diese Sinnbilder, also die Sinnbilder sind, wenn ihr vorne auf den RCD drauf guckt, diese Schneeflocke und sowas, dass ihr alles da erklären könnt. Die Vorsicherung und solche Sachen, da sind Symboliken drauf. Die erklären es auch mal ganz schön. Und oft, oder hin und wieder kommt auch was zu den Fehlerstromarten. Da geht es also darum, RCD Typ A oder Typ B. Dann kommt immer gerne was aus dem Bereich der Beleuchtungstechnik dran. Da gibt es irgendwie so zwei Kategorien. Entweder kommt was zu Leuchtmitteln. Leuchtmittel, das sind dann Vor- und Nachteile hin und wieder mal, nennen sie Vorteile der LED-Technik gegenüber vielleicht der Energiesparlampe oder irgendwas anderes, Vor- und Nachteile nennen. Oder die Kosten elektrischer Arbeit berechnen. Also der Kunde möchte, Leuchtmittel wird ausgetauscht, eine klassische Glühbirne vielleicht gegen die LED-Technik. Dann spart man die Leistung an, nein, vielleicht 100 Watt gegen 7 Watt oder so und das Leuchtmittel leuchtet pro Tag drei Stunden. Hier mal die Woche. Und wie viel Geld spart man jetzt über ein Jahr, wenn man das Leuchtmittel durchtauscht. Oder? Kosten elektrischer Arbeit. Oder ein EVG wird durchgetauscht. Vorwand, ein konventionelles Vorschaltgerät reden. Jetzt ist ein elektronisches Vorschaltgerät und spart ja auch ein bisschen Leistung. Auch da kann ich es machen. Und eher selten, aber auch relativ häufig kommt was zu dümmern. Und zwar entweder, warum steht R, C und L drauf? Also, was darf ich damit schalten oder was darf ich damit dimmen? Und manchmal auch noch die Frage passend zum Dimmer, was ist eigentlich ein Phasenabschnitt oder eine Phasenanschnittsteuerung? Muss man so Diag oder Triag vielleicht mal die Namen noch im Hintergrund haben und irgendwie die benennen können. Dort so ein bisschen die Unterschiede sagen können. Und das zweite, was auch häufig dran kommt, ist, dass man wirklich mal so ein Raum mal planen muss. Also Raumplanung. Ihr habt einen Grundriss und dann steht da drin, wie viele Lampen müssen an die Decke damit, weil es ein PC-Raum vielleicht ist. Und da braucht ihr halt so ein paar Begriffe. Raumindex, Wartungsfaktor, Beleuchtungsstärke, solche Sachen kommen da ran. Also wenn ihr die Raumplanung einmal durchführen könnt, dann sind diese Begriffe alle da mit drin. Aber da sollte man sich auch mal angucken, wie man die Beleuchtung eines Raumes plant. Antennentechnik. Auch da ist das reduziert auf eine Antennenanlage meistens. Und es geht um Fragen um den Aufbau oder einzelne Komponenten. Die Schüssel zum Beispiel. Und was fast immer kommt, wenn denn was zu Antennen kommt, ist einmal Pegelrechnung. Dass man sagt, von da nach da sind 3 dB, von da nach da sind 3 dB. Und man muss dann sagen, wie viel ist bis zum Ende verloren gegangen zum Beispiel. Also Pegelrechnung. Aus der Informationstechnik. Da scheint es immer auf Netzwerktechnik rauszulaufen. Und zwar gibt es da ganz häufig Fragen zu den Topologien. Also Stern oder solche Sachen. Wie ist das Netzwerk quasi verbaut? Und das Zweite, da geht es um die Datenleitung. Und zwar ganz oft kommt eine Frage zu den Kategorien. Was ist Cat 5? Welche Frequenzen werden da genutzt? Welche Datenübertragungsmengen habe ich? Also wie schnell sind dann? Oder ist die Datenübertragung? Solche Sachen kommen da gerne mal dran. Gefahrenmeldeanlagen. Ja, kommen auch immer. Brandmeldeanlage. Gibt es Aufgaben zu. Auch da geht es oft um den Aufbau. Oder die Anordnung. Also auch da kriegt ihr wieder einen Grundriss von oben. Irgendein Gebäude. Und ihr müsst sinnvoll, logisch, die Komponenten anordnen. Also die Schaltzeichen müsst ihr dafür können und die Schaltzeichen einzeichnen. Die Komponenten müsst ihr hin und wieder mal beschreiben können. Das ist das Schaltzeichen vielleicht da und man muss sagen, wofür es ist. Oder das ist auch der Name da. Man muss sagen, wofür es ist. Und eben die Symbole. Die muss ich zeichnen können, damit ich so eine Anordnung erstellen kann. Dasselbe gilt für die Einbruchmeldeanlagen. Auch da gibt es Fragen zu, die genau auf dasselbe abzielen. Meistens ein Grundriss von oben. Und ihr müsst die Einbruchmeldeanlage, die ganzen einzelnen Komponenten sinnvoll anordnen, dass das Gebäude eben geschützt ist vor Einbruch. Blitzschutz. Da habe ich tatsächlich nur eine Aufgabe gefunden, aber die häufig. Geht meistens, also oder bis jetzt immer, um den äußeren Blitzschutz. Und ihr solltet dann irgendwie die Maschenweite berechnen. In unterschiedlichen Szenarien. Das ist, also oben auf dem Dach die Maschen. Die haben ja je nach Kategorie quasi unterschiedliche Abstände. Und dann muss man es so einzeichnen, manchmal auch. Das Bild, das Dach so von oben. Sowas kommt auch relativ häufig. Also Maschenweite nochmal anschauen. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die konnte ich jetzt nicht hier so geschickt zuordnen zu irgendeinem Thema. Deswegen habe ich jetzt sonstiges oder die sonstigen Themen genannt. Und irgendwie kommt relativ häufig, dass man mal eben die Ladezeit eines Kondensators berechnen soll. Also eine Tau. Wann ist ein Kondensator geladen? Mit nach 5 Tau. Und Tau ist R mal C. Und dann kommt da eine Aufgabe zu. Und das Zweite, das geht so ein bisschen hier in die Kompensation rein. Damit ihr nach der Kompensation reale Kondensatoren auswählen könnt. Also wirklich die man auch kaufen kann. Müsst ihr ein bisschen Wissen über diese E-Reihen haben. Denn diese E-Reihen, das sind eben für Widerstände und Kondensatoren die Reihen E12, E24, womit man dann reale Bauteile aussuchen kann. Also auch da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht 100% aller Themen, aber ich glaube schon ein ganz großer Teil der Themen. Wenn ihr euch da drin vorbereitet, euer Fachbuch, wenn ihr eins nutzen dürft oder das Tabellenbuch ein bisschen, ihr euch da drin auskennt, da drin schnell navigieren könnt und die Themen hier so ein bisschen rausgesucht hat. Ich glaube, dann seid ihr auf einer ganz guten, sicheren Seite. Es kommen immer natürlich auch Fragen dran. Die kamen noch nie und damit stehen sie hier auch in meiner Liste nicht drin. Und was man können sollte für den Aufbau und die Planung seiner Anlage. Da mache ich aber noch ein eigenes Video. Das wird den Rahmen hier so ein bisschen sprengen. Ist ja auch ein ziemlich trockenes Video mit einfach nur ein paar Themen. Denn für dieses Video soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.